Willkommen zurück zu Let's Play The Park Ja Äh, was soll ich sagen? Äh, was soll ich sagen? Ich hab mir grad in die Hosen gekackt Soll ich das sagen? Okay, ich hab mir in die Hosen gekackt Alter, Moment, halt, 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 halt Was war das? Da stand irgendwie so ein Mädchen vorm Fenster Oder so Heilige Scheiße, ey Okay, wir gehen einfach weiter Ich frag mich jetzt grad gar nicht, was hier abging Einfach weitergehen Okay, Autoscooter wär der nächste dann Oder was ist das jetzt nochmal? Ich hab's nämlich wieder vergessen Nach der Bahn gibt's auch Aber wir Sind natürlich So, lass mich raten Erstmal hallo, ne? Nochmal, The Park, ne? Kuckuck Was hab ich jetzt gemacht? Frankenstein Übrigens Übrigens Da hinten hat gerade eben Mr. Eichhörnchen gestanden. Spult nochmal zurück und guckt euch das an, während diese Frequenz hier abläuft. Steht hier, hinten hat dieses Eichhörnchen gestanden, Leute. Ich hab es gesehen. Ah, verdammte Scheiße, noch eins. Nochmal, Part Nummer 3. Jetzt mal mit Schmackes. Ja, Mr. Frankenstein ist übrigens jetzt auch hier am Start. Lass mich raten, auch ich kann hier wieder irgendwas anmachen und einfach nur dumm zugucken. Nö. Wieder noch, der gibt es euch mit Chips wahrscheinlich, ne? Okay, Leute, ich weiß jetzt nicht, müssen wir hier was machen? Ich gucke mir einfach mal alles jetzt hier in Ruhe an. Da stand Mr. Eichhörnchen, Alter. Dieses Drecks Eichhörnchen. Speichert dieses Spiel eigentlich? Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet? Oder kann ich speichern? Oder muss ich hier aufpassen, was ich mache? Und wenn ich sterbe, geht das Ganze von vorne los. Ich glaube aber nicht, ne? Das ist so ein, ähm, einmal durch, immer durch. Game. Ach, dann löchtet doch was. Da soll ich vielleicht mal auch hingehen. Oh, Alter. Alter. Oh Mann, ey. Dieses Spiel raubt mir doch noch den letzten Nerv. Hab ich mich erschrocken. Und es will uns zum Riesenrad führen, oder? Das hat nämlich das Ding jetzt hier durchgeschlagen. Kann das sein? Denn hier geht's zum Wallercoaster. Okay, das müssen wir uns natürlich für den Schluss aufheben, ne? Oh, hab ich mich erschrocken. Boah, wie... Ich hab ja nichts gemacht. Die dreht sich automatisch um. Und sowas hasse ich bei Spielen, weil dann hab ich wirklich Schiss. Der Sheriff standen neben dem Auto, watching mein Junge durch die Fenster. Ich mag was, was ich sah in seinen Augen. Judgment. Er schraubt mir den Ticket ohne zu sagen, ein Wort. Just das Scratch-Scratch von seinem Pen auf dem Notepad. Wenn er es mir gab, unsere Augen erholt. Ich weiß, was du durchfassest. Meine Däute, Helen, sie... Just get some help. Help was ein Bolte von Leibn. Help was a thousand Volts, surging through my veins. Help is Agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, yes, Sheriff. Ich krieg noch einen Anfall hier. So, jetzt sind wir... Paris Wheel, okay. Oh, ne, das war wieder... Irgendwas ist wieder irgendwas. Was Einmaliges. Wir machen mal ein bisschen schneller hier, so. So, lass mich raten. Ja, war so klar. Was? Mir ist gerade wieder irgendwas passiert und ich hab's verpasst. Nein! Okay, erstmal langsamer. Kann ich da rein? Ich kann, glaube ich, da diesmal wirklich rein, wenn ich das will. Oh, 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 oh. Nein, ich kann nicht rein. Oh, schade. Kann ich jetzt rein? Ja, danke dir, wer auch immer du bist. Dann starte mal die Büchse hier. Würde ich mal sagen, oder? Let's go! Oh, 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 oh. Das war so anders für Don und ich. Als wir uns treffen, ich war auf dem Boden in Susie's Diner. Er kam in mit einigen Arbeitern, aber er hat nicht versucht, zu flirten oder zu spüren, wie die anderen. Er hat nur einen Koffie und stand da, mich aufhörst. Als meine Veranstaltung war, er hat mich geholfen. Ich weiß nicht, wie es das Wokste beschreiben. Er hat gesprochen, er rüchst, und in der Zeit, er liebte. Es fühlt sich wie Liebe. Es fühlt sich wie eine Fähre. Ich kann euch nicht sagen, ob Callum war das Nacht oder einer der anderen, die folgten. Ich denke, es muss das Nacht sein 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 sein. Das eine perfekt Nacht. Don und ich zusammengekommen, aber dann, äh, er stirbt. According zu dem Supervisor, seine Angelegenheit verletzte, als er arbeitete auf der Ferris-Wheel gearbeitet hat. Don war da ein Moment, dann weg. Manchmal ist es, die Leute nicht verlassen von dir. Ich war drei Monate mit Callum. Die Büchse da unten dreht sich immer noch so schnell, wollte ich eigentlich gerade eben sagen. Aber ich wurde ja wieder einmal unterbrochen. Jetzt im Teufel bist du. Alter. Joa, ne. Ich lass mich mal von irgendeinem Typen fahren. Ich meine, why not, ne. So, ich jetzt einmal das Riesenrad bitte in Vollspeed. So, wie schnell fährt es jetzt? Oh, Alter, nein. Ich kann die Geräusche nicht hören. Stopp, 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 stopp. Halt, 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 halt. Hier ist Zappenstreich. Eee. Ich weiß nicht, was das hier bringt Wenn ich Ich weiß nicht, was das hier bringt Wenn ich das hier alles auf Vollspeed drehe, ne Oder ob ich das überhaupt nicht aufdrehe Naja, was soll's Egal, jetzt geht's erstmal weiter So, wir haben jetzt die Wall Die Qual der Wall, links oder rechts Wenn wir nach links gehen, kommen wir Zu dem Ding wieder zurück, wo wir herkamen Das heißt, wir müssen jetzt zum Rollercoaster Okay Rollercoaster, Rollercoaster Wir kommen Eigentlich wäre man das Dorf Lieber Und den Rollercoaster Und das Horrorhaus hier mit uns für den Schluss auch Aber ich glaube, wir können das Spiel nicht beeinflussen Oh, ja Ja, da drin, ne Der Wallercoaster-Ticket Was? Don't touch him? Ja, es fehlen wirklich zwei Stück Das ist mir schon vorhin aufgefallen Oder drei Ich glaube, zwei oder drei von den Dingern fehlen Hier ist Nummer eins A lot of people idolize their children You hear them talking about their kids And just the way they talk Their fucking voices make me want to vomit My angel likes to read And little Johnny is so good on the piano Fuck those people You give up nine months of your life Caring them You traumatize yourself giving birth to them And then you spend the rest of your life As their slave Wiping asses Mopping a piss Feeding them Little life-sucking monsters Who take and take and take until We all go insane Any parent who pretends otherwise Is just dishonest Oh, Alter, nee, das Geräusch, nee Ich kann sowas nicht haben So ein Schrillen Nee, das ist absolut meine Schwäche So, der Wallercoaster Mal gucken, was uns hier erwartet Aber bis jetzt Kindergeburtstag Natürlich nicht Das ist natürlich offen Nee, das ist jetzt geplant Also wir sind jetzt beim Wallercoaster Wie ich mir das gedacht habe Ja, und es ist zu Ja, ich bin wohl der Letzte Der damit fahren darf So, wir rennen natürlich Aber Leute Der Wallercoaster Die nehmen wir uns für den nächsten Part auf Von The Park Macht's gut, ciao